Willkommen zurück auf Volcano Oludos. Heute spielen wir Prison Architekt. In der letzten Folge haben wir angefangen unseren Prison Block zu erweitern bzw. das Cell Block A für gefangenen Risiko Minimum sage ich mal so und wir mussten mal gucken wie wir das alles gebacken kriegen wir wollten auch ein Arztpraxis bauen nämlich ich würde ich gerne den machen wir das hier weg den lassen wir die beiden weg genau da kommt irgendwie eine Blumenball zu mir raus und dann machen wir hier eine Tönig habe ich aber in der letzten Folge nicht gedacht als ich den hier gemacht habe dass wir einen Durchgang brauchen aber was sonst jetzt gucken wir mal so dann müssen wir uns hier erstmal fertig gebaut haben und können wir ein bisschen vorspulen perfekt so und dann musste ich das sogar äh so abführen da geht die die hier da und dann bauen bauen und irgendwann mal sage ich Planung so planen wir mal hier sieben mal zwölf die die ja das wird die Fankstation und äh ein zwei das hier der Durchgang Durchgang wird auch einmal kleiner das ist auch ok sein und dann äh und dann äh ein den hier mit Blick, sollen die mal bauen, bauen und dann noch mehr bauen. So. Und dann sage ich, äh, hier kommt eine riesige Tür und hier kommt halt zwei Stabtüren. So. Dann konnten wir vielleicht den Dock auch einstellen. Den Dock, der Dock, der Dock, der Dock, Dock, Dock. So. Ähm, hm. So. Jetzt ein zweites Raum. Für Office. Äh, vier mal vier. Und da kommen erst mal Sachen. Das hier. Äh, das hier. Äh, Opus Chair, bekommst du auch eine. Für Normal Chair auch eine. So. So. Das soll mal zügiger gebaut werden. Äh, 13. 14. 14, 15. Ich konnte, äh, die Zellblock noch eins erweitern. Um eins erweitern. Äh, eins, zwei. Heißt. Hier wäre es dran. Gesagt, getan. Wird gebaut. So. Dann, in der Zeit. kann ich doch hier sagen, dass, der auch eine Keramik-Umwandung und einen guten Klo bekommt. So. Ein Keramik-Umwandung und einen guten Klo. Warum nicht? Warum denn nicht, ne? Äh, so. Oh. Dann. Wird's klar dran. Ist das schon fertig? Nein. Ist das noch nicht fertig? So. Dann. So. Aber hinten ist fertig. Das ist doch mal weit. Kann ich doch hier sagen. So. So. Aber hinten ist fertig. Da habe ich mich wohl, äh, bisschen, äh, erzählt. Dann machen wir das hier da. Dann machen wir genau das. Dann machen wir das hier. Warte, das stimmt doch nicht. Ach nein. Das war doch korrekt. Oh-buah. Uh-buaaah. Das war doch korrekt gewesen, wie das vorher war. genau um 1 erweitern okay die sollen das erstmal abreißen und dann machen wir das weiteres und dann hier das könnt ihr auch direkt abreißen dann kommt eine nebenblock wand zelle zelle wand okay perfekt dann kann ich hier sagen das diese zelle hier neu platziert werden soll genauso wie die hier kann ich auch hier sagen perfekt das wird nicht perfekt sein da wird immer noch sachen bis hin und her sein aber es wird schon so ich wollte langsam denn der soll mal an die arbeit machen und und deployments erstmal hinkriegen die arme machen wir gleich polissimus her hinkommen hin her kommen so so das geht das passt die dies kann тем Ebenfalls fertig finde ich. Schön, schön, schön. Schön, schön, schön. Schön, 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 schön. Hier mal da ein Kabel. Hier ein Kabel. Und dann kann ich doch sagen, dass das Zimmer einen Ding verwendet wird. ein Medi-Kell-Bets-Fan? Was? Wir haben kein Geld? Wir haben kein Geld. Okay. Wir haben dann halt kein Geld. Äh, der Chef ist gegrütet. Dann kann ich doch hier sagen, ähm, Geld. So. Dann kann ich doch auch direkt den Azi einschränken. Und wir brauchen noch ein Fiskalist. So, der braucht auch ein Zimmer, habe ich gerade gehört. Dann riechen wir mal eine kleine Filo für den einen. So. Wir werden gleich... Profis Risk hingestellt. Rilling Boom jetzt werden hingestellt. Der kriegt auch ein Stuhl. Perfekt. Perfekt. Und dann wird das Pencil mit einem Keramifloor umwandelt und das hier. Okay. Das wird gleich gelegt. So. So. Wie mit der... Oder wie die Prüsenarchitekt weitergeht, das seht ihr bei der nächsten Folge Prüsenarchitekt. Tschau, tschau.